Der Botschafter ist in Gefahr. Schicken Sie uns rein. Sie sind nicht unsere erste Option. Sie werden warten. Fahrrad, wir müssen los! Wir haben keine Befugnisse in diesem Land. Wir dürften nicht einmal hier sein. Die Zeit läuft. Nicht eingreifen! Wenn Sie nicht bald hier sind, werden wir alle sterben. Keiner von euch muss das tun. Aber wir sind die einzige Hilfe, die Ihnen noch bleibt. Der General, wir sind auf dem Gelände! Auf dem Dach! Lasst mich nicht zurück! Liegen unter schweren Beschuss! Chief. Erwarten wir Verbündete? Ich weiß von keinen Verbündeten. Lasst sie kommen. Lasst sie kommen. Den werden wir die Halle heiß machen. Das, was sie jetzt tun, entscheidet darüber, ob wir leben oder sterben. Solange ich das Richtige tue, wird Gott für mich sorgen. Wenn Sie keine Luftunterstützung schicken, werden Menschen sterben. Auch ich befinde mich in Gefahr. Sie geben keine Befehle mehr. Das hier ist meine Welt. Ich habe heute Nacht nicht einmal an meine Familie gedacht. Jetzt denke ich an sie. Hier oben, mitten in dem ganzen Wahnsinn. Weck um! Knallt das Schweine! Ich denke an meine Mädchen. Hier rüber! Hier oben geht doch rein! Ihr seid echt dabei! Ich bin grade, ich gehe! Ich kreier dich! Ich kreier dich! Ich bin einfach schwer! Ich kreier dich! Ich kreier dich! Ich war glücklich!